So ihr Lieben, das ist ein Video mit einem auch nicht neuen Gedanken, einem Gedanken, den ich auch schon häufig, glaube ich, irgendwo verwurstet habe und verwendet habe. Und zwar, ich muss auch da was vorausschicken oder möchte was vorausschicken. Es ist ein menschenfreundliches Video nach meinem Verständnis. Also sozusagen ist es nicht entlarvend oder so gemeint, sondern es ist wieder sehr analytisch nüchtern gemeint. Ich gehe davon aus, dass wir Menschen als Spezies tatsächlich starke Institutionen der Selbstregulation brauchen aus einem ganz bestimmten Grund, der letztlich geradezu biologisch evolutionär ist. Und der Grund ist vereinfacht oder verkürzt dargestellt wie folgt. Ich halte uns Menschen vom Speziestyp, wenn man fragt, was für Lebewesen sind wir, für eine Art heuschreckenartige Raubbeuter. Und ich glaube, dass obwohl wir die Lebensform des nomadischen, also dieses heuschreckenartigen Raubbeutertums, nachdem wir also in eine Ökosphäre einfallen, dann sozusagen das Abfrühstücken und dann weiterziehen, dass wir, obwohl wir diese Lebensform vor circa 10.000 Jahren allmählich angefangen haben hinterzulassen, halte unsere Grundmuster für so stark, dass wir sozusagen große Probleme haben, nicht so zu agieren, als gäbe es da keine Probleme, zum Beispiel eben auch kein Müllproblem oder so. Das heißt, unsere ganze Psyche ist darauf ausgerichtet, dass wir sozusagen Umwelten fortfinden, die wir abfrühstücken können und dabei geht sozusagen unsere Psyche davon aus, dass wir nicht so viele sind, dass daraus ein Problem entstehen würde, weil sozusagen das Abfrühstücken ist gar kein großes Problem, wenn man woanders weiterziehen kann und die Natur, die man gerade abgefrühstückt hat, also der Flecken Erde, erholt sich dann wieder, weil wir nicht so viele sind. Und das war eben auch der Zustand, in dem wir Menschen über mehrere Jahrzehntausende, wenn nicht Jahrhunderttausende gelebt haben. Das heißt, das sind tiefe psychologische Strukturen bei uns Menschen, die uns also evolutionär geprägt haben, die wir aber jetzt in den letzten 10.000 Jahren nicht einfach eben mal ablegen konnten. Das heißt, wir reden ja sogar so im wirtschaftlichen Bereich Ausbeutung von Märkten. Das ist also sozusagen immer das gleiche Muster. Man geht hin und man hat also sozusagen irgendeine Ressource und dann baut man die ab, bis nichts mehr da ist. So gehen wir vor mit allen möglichen Ressourcen, ja, also mit bestimmten Edelmetallen, mit Öl und Gas gehen wir so vor. Und wir tun so, als gäbe es da kein Problem. Aber es gibt, wie wir heute wissen, massive Probleme mit dieser Lebensart, eine heuschreckenartige Raubbeuterspezies zu sein. Also kurz gesagt, in uns läuft ein Programm, das letztlich eigentlich, jetzt wenn wir in den Dimensionen unterwegs sind, wie wir heute unterwegs sind, nämlich 8 Milliarden Menschen leben auf dem Planeten Erde, wo es tatsächlich für unsere Psyche gut wäre, wenn es eine Erde 2 und 3 und 4 gäbe, wo wir dann praktisch immer vom Planeten zu Planeten springen und dann, also wir vernichten sozusagen die Ökosphäre, von der wir selber abhängig sind, frühstücken die ab und dann ziehen wir weiter und derweil kann sich diese Ökosphäre von uns wiederholen. Das ist die nomadische Lebensweise, also die einfache, wenn es noch keine Viehzucht gibt und keinen Ackerbau gibt, dann ist das halt so. So leben halt Schimpansen und Bonobos und andere Affenarten auch. Aber das Problem ist halt, die sind, also was heißt, das Problem, der Fakt ist halt, die sind nie so viele geworden, dass das jetzt zu einem fundamentalen Problem für die Spezies geworden wäre. Ja, oder vielleicht ist das vereinfacht dargestellt. Ich meine, es gibt zum Beispiel auch Aussagen von Evolutionsforschern, die sagen, generell Primaten gab es mal viel mehr, die meisten sind ausgestorben. Also möglicherweise gibt es auch in der Form Primat ein Grundproblem, dass halt nur wenige Arten überlebt haben. Ja, und auch viele Menschenarten sind bekanntlich ausgestorben. Wer das nicht weiß, wir waren nicht als Menschenart immer alleine auf dem Planeten. Also wenn man so eine Vorstellung hat, wir haben einfach immer nur alte Formen abgelöst, ja, so nach der, dann irgendwie Homo erectus und so weiter. Nee, die heutige Forschung weiß, dass es also keine geringen Zeiträume gab, wo mehrere Menschenarten parallel existiert haben. Wir sind die Überlebenden, die anderen sind ausgestorben, ja, Denisova-Menschen und Neandertaler und noch ein paar andere mehr, die parallel mit uns existiert haben. Und so sind auch viele Affenarten ausgestorben, weil halt das eine nicht ganz unriskante evolutionäre Strategie ist, so unterwegs zu sein wie wir. Ja, ja. Und wir sind halt Überlebende, wie jedes Lebewesen, das heute noch da ist, eben ein überlebendes Spezies ist, ein Ergebnis, ein vorübergehendes Ergebnis des Evolutionsprozesses. Und wenn wir also, so kurz gesagt, uns nicht selber vernichten wollen, werden wir künstlich Institutionen der Selbstregulation erfinden müssen, weil sozusagen von alleine kriegen wir das nicht hin. Von alleine können wir also unsere natürlichen Reflexe des Raubbeutertums einfach sozusagen eine Gegend abfrühstücken und dann weiterziehen, dass das in uns ist, kriegen wir nicht raus. Das ist Teil unseres biologischen Programms. Und wenn man also sagen will, wir müssen eigentlich eine zirkuläre Wirtschaft an den Tag legen, also entwickeln, wo wir sozusagen eben sozusagen die Ökosphäre weitestgehend intakt lassen und nicht also so weit ausbeuten, dass dann die Dinge, auf die wir angewiesen sind, gar nicht mehr zur Verfügung stehen, weil wir sie einfach letztlich aufgefressen haben, vereinfacht dargestellt oder konsumiert haben in der einen oder anderen Form. Wenn wir also auch nicht am eigenen Müll ersticken wollen, dann werden wir Formen der Selbstregulation finden müssen und die existieren ja auch schon in rudimentärer, im Anfangsstadium. Letztlich sind Gesetze und Staaten solche Formen, Versuche der Selbstregulation, das Problem ist halt, dass wir die nie konsequent als Selbstregulation institutionalisieren und aufgesetzt haben, sondern immer als Fremdregulation. Das ist das Grundproblem. Also unsere heutigen Staaten sind Versuche der Fremdregulation und das funktioniert bei uns Menschen nicht. Es muss Selbstregulation sein. Sie müssen also hin tatsächlich zu einer Form der Selbstregierung, für die ja eigentlich die Demokratie steht. Da sind wir aber noch sehr weit entfernt von. Derzeit erleben wir staatliche Maßnahmen, Gesetze, die wir dringend, dringend brauchen, damit wir uns nicht selbst vernichten, damit wir nicht unsere eigene Ökosphäre, von der wir abhängig sind, zerstören. Dafür brauchen wir halt Gesetze und einen Staat. Das kriegen wir aber, solange der Staat als fremde Macht erlebt wird, als ein von außen kommendes, einen paternalistisch bevormundendes Etwas, als ein bürokratischer Apparat oder irgendwelche Leute, die da irgendwelche Parteiprogramme aufsetzen. Solange das so ist, funktioniert es nicht. Demokratie würde funktionieren, aber Demokratie ist halt Selbstregulation und nicht Fremdregulation. Das ist halt das, was wir versäunt haben, dass wir halt eine Staatsform, eine Verfassung entwickelt haben, in der wir tatsächlich alle die Gesetze selber machen und nicht andere für uns in wohlwollendem Paternalismus die Gesetze zu machen versuchen, weil das funktioniert nicht. Da regt sich immer Widerstand gegen Gesetzgebung, wenn es so läuft. Das ist also sozusagen unser Prozess, unsere Verfahren, wie wir Politik machen, ist das eigentliche Problem. Weil wir Selbstregulation brauchen, aber Selbstregulation in diesen Formen, wie wir es bisher versuchen, halt nicht hinkriegen. Ganz offensichtlich nicht. Und so zerstören wir gerade unsere Ökosphäre sehenden Auges. Wir sehen, was wir da tun und können es nicht stoppen. Wir können es nicht stoppen, weil wir Politik auf die falsche Art machen, als Fremdregulation statt als Selbstregulation, weil wir Demokratie nie ernst genug genommen haben, weil wir uns nie dazu durchringen konnten, zu losen und tatsächlich Gesetzgebung zu einer normalen, alltäglichen Tätigkeit eines jeden Menschen zu machen über das demokratische Losverfahren, wie man es in der Antike mal erfunden hat, als man die Demokratie erfunden hat. Das haben wir halt in der Moderne einfach nicht gemacht. Jetzt sind wir acht Milliarden und haben gewisse Probleme, wie wir alle sehen und erleben. Und also dringend, dringend, dringend brauchen wir eine konsequente Demokratisierung, brauchen wir also das Erleben, wie das in der Antike mal war, dass man den Staat erlebt als etwas, was man selbst betreibt, also nicht das Andere für einen betreiben. Die Polis, das sind die Bürger, die Polis, das sind die Politer. Also kurz gesagt, wenn man es jetzt noch anders begrifflich fassen will, wir brauchen keinen Staat, wir brauchen eine Polis. Und die haben wir halt nie gebildet. Jetzt klingelt mein Telefon, ich mache Schluss. Ceterum censio, isonomiam esse sortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politi gelost werden muss. Das ist die Menschen, die Polisi gelostet haben. Vielen Dank.